Wir zeichnen in diesem Jahr zum zweiten Mal digitalen Sobot aus. Einerseits ist das Niveau der Digitalisierung in Kassel besonders hoch. Mehrere Faktoren kommen zusammen. Unternehmergeist, Innovationskraft und auch die Unterstützung der Politik. Und das macht diese besondere Stellung von Kassel aus. Ich freue mich sehr, dass die Stadt Kassel in diesem Jahr den E-Town Award bekommen hat. Das ist ein weiterer schöner Beweis dafür, wie gut sich die Region und die Stadt entwickeln. Die Wirtschaft weiß, wie man Geld verdient, insbesondere in unserer Stadt. Für den schönsten Tag im Leben dürfen zwei Dinge nicht fehlen. Ein Jahr und ein Ring, der diesen Anlass unvergänglich macht. Da wir nicht mehr Paare vor den Altar bringen können, haben wir uns gedacht, bringen wir sie auf die Homepage. Online geht einfach mehr. Wir verkaufen jetzt von Kassel aus deutschlandweit.